Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video und zwar machen wir den vierten Türschub weiter. Das mache ich schon mal auf. Dann mache ich das weg und mache hier ein bisschen tiefer. Und da haben wir so einen Stuhl. Den laden wir auch. So. Ich weiß auch nicht viel, dass das drin ist. Alles drin und so. Eins Türchen. Ohne der Katze. Zwei Türchen. Drei und vier jetzt. Dann sage ich immer, das kann sich jetzt hier hinsetzen. Und ich hoffe, das hat euch gefallen. Den Türchen mit mir. Dann gebt mir einen Daumen hoch. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.